So Leute, heute für euch im Test die Oldschool-Böller. Also ein Oldschool-Böller-Vergleich. Wir haben hier die Funke Super 2 von letztem Jahr, die Funke D von letztem Jahr und die ganz neuen Funke D, also von diesem Jahr, 2017 Neuheit und die Fire Event 1960 Böller. Wir fangen an mit den Funke D vom letzten Jahr. Jetzt dazu gleich der Vergleich zu den ganz neuen Funke D von 2017. Jetzt die Fire Event 1960 Böller. Und jetzt zum Schluss noch die Super 2 von Funke. Musik Untertitelung des ZDF, 2020